Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal eine kleine Tierlist, weil ich wollte schon immer mal ein bisschen so sagen, was ich so zu Packs halte und wie sehr ich sie empfehlen würde oder halt eben nicht. Ich habe hier 5, nee, 2, 4, 6 Kategorien. Einmal kann ich mehr ohne spielen, nice to have, hat paar coole Dinge, eher meh, Geldverschwendung und besitze ich nicht. Ich scroll jetzt wieder ein bisschen näher ran, weil sonst ist das hier ein bisschen wild. Und das einzige Pack, was glaube ich fehlt, ist das neue Kit, dieses Manswear-Kit. Das würde ich auf jeden Fall bei hat paar coole Dinge hinpacken. Das kann ich jetzt schon mal zu Anfang sagen. Ich glaube, sonst sind alle vorhanden. Beginnen wir mit dem Industrie-Loft-Kit. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber ja, die meisten Items haben wir so ähnlich schon so im Spiel. Deswegen bräuchte man es jetzt nicht, also bräuchte ich es jetzt sonst nicht unbedingt. 5 Euro ist auch relativ viel dafür. Ich würde es halt eher zu, also zu eher meh packen. Ich benutze zwei Items davon und finde es ganz gut. Würde es aber nicht unbedingt nochmal kaufen, denke ich. Als nächstes haben wir hier Elternfreuden und Elternfreuden ist actually ein sehr gutes Pack. Es kommt zwar nicht an Lebensfreude von Sims 3 ran, aber es hat trotzdem sehr gute Ansätze. Gerade, dass man seinen Kindern beibringen kann, wie man sich verhält. Dass man Auszeiten geben kann, dass man die Kinder halt erziehen kann, richtig. In dem Sinne, das finde ich sehr, sehr schön. Das finde ich richtig cool. Und ganz ehrlich, ohne finde ich mein Gameplay auch mittlerweile echt langweilig, wenn meine Kinder in meiner Legacy Challenge nicht quasi darauf hingearbeitet werden, wie sie später als Erwachsene sich dann quasi ausleben. Weil, ob die dann verantwortlich sind oder keine Manieren haben oder sowas, das ist halt schon, das macht in meinem Gameplay auf jeden Fall viel aus. Deswegen würde ich das in die oberste Kategorie stecken. Jetzt kommt das Landhausküche-Set. Das finde ich an sich, die Küche ist super süß und so. Aber wenn man da schon gewusst hätte, dass Landhausleben rauskommt, ich glaube nicht, dass ich es mir unbedingt gekauft hätte. Man muss auch einfach mal sagen, die haben halt gesagt, oh, da kommen nischigere Dinge, die so in dem Spiel noch nicht drin sind und so. Und da denke ich mir so, Landhausküche-Set und Landleben. Also die Sachen sind halt schon sehr ähnlich. Und deswegen würde ich das auch eher auf eher meh packen. Auch wenn ich die Küche an sich gerne benutze. Aber ich bräuchte sie nicht zwingend und gerade nicht für den Preis. Nun kommen wir zu Sonnenterrassen-Accessoires. Ich musste gerade sehr lange überlegen, wie dieses Pack hieß. Es war ja ursprünglich mal das Pack, womit man Whirlpools bekommen konnte. Dadurch, dass Whirlpools jetzt im Original, im Original, was? Nein, im Base Game sind, ist es jetzt halt auch einfach nicht mehr so besonders. Die Sachen, die da drin sind, sind nice to have so. Aber ich würde es zu, hat ein paar coole Dinge packen. Ist jetzt nicht der Burner. Aber ja, die Standard Base Game Whirlpools, finde ich, kann man nicht immer überall so gut benutzen. Da finde ich die aus dem Pack tatsächlich ein bisschen schöner. Die benutze ich lieber. Und ja, ein paar so Kleidung und so finde ich auch ganz nett. Im Großen und Ganzen aber jetzt auch nichts Besonderes. Hunde und Katzen finde ich gut. Also die Tiere sind echt gut dargestellt. Gerade, also sie sind sehr realistisch, finde ich, vor allem. Wie die Tiere sich halt dann bewegen und so. Und dann ihren Alltag ablaufen und dann zwischendurch einfach dann den eigenen Schwanz jagen oder so. Und Mist halt, ne. Also halt so Sachen, ich finde es einfach sehr realistisch. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich spiele auch oft mit Tieren. Aber trotzdem irgendwas. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Aber irgendwas fehlt mir. Deswegen würde ich es nur zu nice to have packen. Und dann kommen wir zu Decent Sphere Inselleben. Ja, Inselleben ist an sich, hat auch super coole Sachen. Die Welt ist unfassbar schön. Die Items, die mit dem Pack dazu kamen. Sowohl Baumodus als auch Create a Sim sind echt hübsch. Trotzdem hinkt das Gameplay leider komplett. Die mehrjungen Frauen sind nicht besonders gut. Also die sind halt einfach nichts Besonderes. Und ja, auch sonst. Also man kann halt nicht so viel tun. Deswegen würde ich es tatsächlich nur zu, hat ein paar coole Dinge packen. Kommen wir nun zu Outdoor Leben. Das ist das erste Gameplay Pack, was glaube ich erschienen ist. Es ist, also ehrlich gesagt, ich war glaube ich noch nie in der Reisewelt. Und deswegen, also, es ist zwar, denke ich, also ich habe es mal in Let's Plays und so teilweise gesehen. Es ist mal ganz nett, dann da zu sein so. Aber es ist jetzt nichts, was man häufig benutzt. Nichts Besonderes an sich. Deswegen würde ich es auch eher zu, eher meh packen. Es ist halt irgendwie, fürs erste Gamepack war es bestimmt voll okay und so. Aber es ist halt einfach nicht das, was wir von unseren heutigen Standards irgendwie gewohnt sind. Als nächstes das Retro-Fit-und-Schick-Set finde ich nice. Ich finde es auf jeden Fall besser als die anderen beiden Kids, die wir bisher hier genommen haben. Deswegen kommt es so, hat ein paar coole Dinge. Es ist halt dennoch ein bisschen teuer, gerade nur für Creative-Sim-Items. Aber ich benutze die Sachen sehr häufig und das sind halt auch wirklich Dinge, die wir so nicht unbedingt im Spiel haben. Gerade die Sporthose und die Schuhe, die benutze ich so extrem viel. Die Sachen sind echt hübsch. Und I'm fine with it. Und ich denke, es hat ein paar coole Dinge. Demnach kann das da gerne rein. Mein erstes Haustier-Accessoires. Das nicht umstrittenste Sims 4 Pack. Tatsächlich würde ich aber nicht sagen, dass es unbedingt Geldverschwendung ist. Ich würde es halt auch zu eher meh packen. Aber es gibt vereinzelt ein paar Items, die ich dann doch ganz gerne benutze. Gerade wenn es um Tierbetten geht oder so, finde ich das cool, mal was anderes zu haben, als das von Hunden und Katzen. Und vor allem finde ich die kleinen Tiere sehr süß gemacht. Es ist natürlich aber allein schon ein Faderbeigeschmack, dass man drei Viertel von dem ganzen Pack nicht benutzen kann, wenn man Hunde und Katzen zuvor nicht gekauft hat. Dann haben wir dieses Holiday-Blabla-Zelebrations-Pack. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Es ist auch egal. Es ist kostenlos. Deswegen ist es definitiv nice to have. Ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt im Spiel. Aber wenn ich dann mal für Weihnachten dekoriere, sind die Sachen sehr, sehr schön. Und ja, da es kostenlos ist, nimmt man es auch einfach gerne. Dann haben wir Wellness-Tag-Accessoires, heißt es, glaube ich. Das ist ein bisschen besser geworden jetzt, dadurch, dass ja dann die Nägel dazu kamen, auch wenn die ja teilweise Base-Game sind. Aber es kam ja noch mehr dazu durch das Pack. Deswegen, ja, ich finde es ist ganz okay. Es ist jetzt auch wieder nichts Besonderes. Aber ich finde es dann doch mal ganz cool, mit meinen Sims in ein Wellness-Center zu gehen. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass es ein paar coole Dinge hat. Aber, ja, mehr ist es dann halt auch nicht, ne? Bowling-Abend-Accessoires nutze ich tatsächlich ab und zu. Es ist einer der ersten Packs, die ich hatte. Und, ja, eigentlich mag ich es echt ganz gerne. Also ich finde es halt ganz schön, die Sachen, die da drin sind, die sind ja eher so 80s. Und ich finde, die Sachen, die gebe ich dann auch gerne mal meinen älteren Sims. Deswegen, ja, also ich benutze die Sachen auf jeden Fall. Und ich gehe auch, zumindest privat, mit meiner Legacy-Family, gehe ich auf jeden Fall ab und zu zur Bowling-Bahn. Macht man natürlich jetzt auch nicht jeden Tag. Dennoch passiert es häufiger, als dass ich zu Outdoor-Retreat gehe. Bissar, deswegen. Also es hat ein paar coole Dinge. Also, pfff, also ich bräuchte es jetzt auch nicht zwingend in meinem Spiel. Aber es ist trotzdem cool, dass es da ist. Und ich bereue auf jeden Fall nicht, es gekauft zu haben. Die Sims 4 an die Arbeit. Wenn ich mir ein Refresh von einem weiteren Pack wünschen würde, dann für die Sims 4 an die Arbeit. Grundsätzlich die Idee von den verschiedenen Karrieren, die man spielen kann, ist super. Und auch, dass man wieder so ein eigenes Business aufbauen kann, finde ich voll cool. Dass man da auch vor allem sich aussuchen kann, was verkauft man genau. Und man kann ja daraus quasi jedes Geschäft erstellen, was man möchte. Ob ein Kleidungsgeschäft oder Möbel oder ein Second-Hand-Shop oder Bäckerei. Was einem auch einfällt. Man kann ja alles damit machen. Und das finde ich sehr cool. Die Sachen funktionieren teilweise halt nur leider nicht so gut, wie man es sich wünschen würde. Deswegen hoffe ich, dass es tatsächlich irgendwie nochmal geupdatet wird. Die Karrieren an sich sind halt auch ganz cool. Sie funktionieren teilweise leider nicht so gut. Aber sie sind trotzdem gut. Ich würde grundsätzlich sagen, es hat ein paar coole Dinge. Aber ja, es ist jetzt trotzdem nichts, was mein tägliches Gameplay irgendwie in irgendeiner Form beeinflussen würde. Waschtag-Accessoires war auch eines meiner allerersten D-Sims 4-Packs. Und ich finde dieses Pack auch an sich gut. Ich finde es halt nur schade, dass... Also ich benutze die Trockner mittlerweile und so, aber nicht mehr so oft, wie ich es früher getan habe. Weil es mich einfach mittlerweile nur noch nervt, wie oft mein Haus brennt. Nur weil die Sims dann den Trockner anstellen und der Flussenfilter nicht gereinigt wurde. Die Umsetzung grundsätzlich hingegen finde ich aber richtig gut. Ich meine, es ist auch ein Pack, was von der Community gewählt wurde. Und wenn die da irgendwie was verkackt hätten, wäre das auch echt absolut traurig gewesen. Ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass sie nochmal so eine Art Pack machen, wo wir entscheiden dürfen, was da reinkommt. Ja, und ansonsten... Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Die Items sind auch Sachen, die ich gerne meinen älteren Sims gebe. Vom Stil her. Und ja, ich benutze es jetzt aber einfach nicht mehr so oft, weil es mich dann irgendwann genervt hat, dass es immer brennt. Aber ich gebe dem Ganzen in meiner nächsten Generation tatsächlich wieder in der Legacy Challenge einen Versuch. Mal schauen, inwiefern mich es dann wieder abfacken wird oder nicht. Aber es hat ein paar coole Dinge. Und ich bin absolut fein sonst mit dem Pack. Ansonsten denke ich nicht, dass man das krass hätte besser machen können. Dann kommen wir zu Kleinkinder-Accessoires. Actually, finde ich, ist es einer der besten Sims 4 Packs. Also weil gerade die Kleinkinder haben ja sowieso fast gar nichts. Und sie bekommen ja auch fast gar nichts. Und das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen finde ich es gut, dass es ein Pack gibt, was nur auf die Kleinkinder fokussiert ist. Und da sind so süße Kleidungssachen drin. Und auch die Sachen aus dem Baumodus. Es ist halt einfach süß, klar. Das Bällebad sieht jetzt nicht grandios aus. Aber ich finde, das muss es jetzt auch nicht unbedingt tun. Also ich finde, die Rutsche und so, die sind mir ein bisschen zu bunt, to be honest. Aber die Objekte an sich sind trotzdem schön. Und ich finde, damit kann man auch so ein Spielpark bauen oder so für Kleinkinder. Weil meistens, wenn man die mitnehmen sollte zu einem Gesellschaftsplatz, dann haben die ja nichts zu tun. Aber dann, wenn man das dann einfach da hinstellt, dann schon. Und das ist ja trotzdem realistisch, dass dann da mal so ein Klettergerüst oder sowas steht für kleine Kinder. Ja, ich finde es auf jeden Fall absolut nice to have. Die Sims 4 Jahreszeiten, damit könnte ich auch, also ohne könnte ich nicht mehr leben. Ehrlich. I'm sorry. Sobald du Jahreszeiten in deinem Spiel drin hast, kannst du schlicht und ergreifend nicht mehr ohne. Und ich glaube, kein Simmer würde anders denken. Es ist einfach so. Es ist so. Es ist einfach. Es ist tatsächlich das beste Pack, denke ich, für jeden Sims-Teil. Es greift einfach so krass in dein Gameplay ein. Weil egal, was du machst, es ist ja immer da. Und es beeinflusst dich ja immer. Und das finde ich halt so cool. Also einfach Wetter zu haben und Jahreszeiten und Feiertage. Und gerade Sims 4 mit dem coolen Kalender und so, das haben die so fantastisch gemacht. Ich liebe diesen Kalender. Auch wenn der jetzt ja mittlerweile, glaube ich, auch im Basegame ist. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, ohne Jahreszeiten zu spielen. Und ich liebe dieses Pack einfach so sehr. Und auch die Baumodus und Creative-Sim-Items sind so unfassbar hübsch. Ehrlich. Also die ganzen Sachen sind so, 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 so toll. Und wirklich Sims 4-Jahreszeiten. Das war kurz, das kam kurz, nachdem ich mit Sims 4 angefangen habe, kam es raus. Also ich glaube irgendwie ein Jahr später oder so. Das war dann das erste Spiel, was ich dann zu, also das erste Erweiterungspack jemals, was ich zu Release gekauft habe. Und ja, es hat einfach komplett, also es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und tut es immer noch. Wie gesagt, ich könnte nicht mehr ohne. Die Sims 4 Eco Lifestyle, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Heißt es auch Eco Lifestyle? I don't know. Ist auf jeden Fall... Nachhaltig Leben heißt das, ne? Kann das sein? Stimmt. Darüber habe ich ja damals auch ein Video gemacht. Finde ich ist ein okayes Pack. Aber ja, also ich nutze die Sachen eigentlich fast gar nicht. Also ich plane in Zukunft doch mal irgendwie was mit Landhausleben zu machen. Und da finde ich passt das Pack gut rein. Und man kann es gut verbinden mit anderen Packs, was ich sehr, sehr cool finde. Jedoch ist es halt alleinstehend, macht es jetzt nicht so viel. Die Welt ist ganz cool tatsächlich. Aber ansonsten, also es bietet jetzt, finde ich, nicht so viel. Auch wenn die Idee grundsätzlich cool ist und es ist auch ganz gut umgesetzt, aber es beeinträchtigt dich irgendwie nicht so sehr, wie es hätte sein können. Ich bin aber okay grundsätzlich damit, aber würde es trotzdem, denke ich, eher zu eher meh packen. Gerade im Vergleich zu anderen Erweiterungspacks gibt es einfach nicht so viel, was dafür spricht, warum man es unbedingt haben sollte. Empfinde es aber dennoch nicht als Geldverschwendung, weil dafür benutze ich es dann doch noch oft genug, als dass ich sagen würde, ich habe mein Geld aus dem Fenster geschmissen. Das habe ich dahingehend nicht getan. Die Sims 4 Reich der Magie ist an sich ein sehr gutes Pack. Die Magier sind auch sehr gut gemacht, also Props auf jeden Fall. Aber ich spiele gar nicht mit denen. Also ehrlich, ich würde es tatsächlich zu hart paar coole Dinge packen. Ich spiele halt dennoch nicht damit. Die Sachen sind aber halt zu gut gemacht, als dass ich sagen würde, es ist eher meh. Also vielleicht sollte ich vielleicht mal ein Magier oder so in irgendeiner Form nutzen. I don't know. Wir haben ja auch noch einiges, was wir hier noch irgendwie auf dem Kanal machen können. Wir schauen mal. Oder in meinem privaten Gameplay. Ich weiß das nicht. Vielleicht berichte ich dann irgendwann mal davon oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich muss noch so viel erkunden. Ich spiele so viele Sims und habe immer noch so viel nicht erkundet. Ah, das ist so krass. Die Sims 4 Moschino Accessoires. Das Pack, wo alle am Anfang gesagt haben, oh mein Gott, das wird so schrecklich. Aber es ist einer der besten Accessoire-Packs, was wir haben. Also ehrlich, die Fotografierfähigkeit mit den Posen und so. Es ist so cool. Und die Items sind tatsächlich, ja, die Credit Sim Items. Das ist halt eine High Fashion Marke. Es ist aber trotzdem jetzt kein schlechtes Kollabo. Also ich finde es eigentlich sogar ganz gut. Ich bin jetzt nicht der Typ, der High Fashion Marken trägt. Ja? Also ich sitze hier mit meinem Schlafanzug, Leute. Das könnt ihr jetzt nicht von mir erwarten. Aber die Baumodus-Items sind ja mal so cool. I'm sorry. Aber die gefallen mir auf jeden Fall gut. Und ich finde es auf jeden Fall nice to have. Also gerade die geupdatete Fotografiefähigkeit nochmal und so. Das hat mir sehr gefallen. Auch die Karriere finde ich ganz nett. Und ja, also es gefällt mir eigentlich ganz gut. Die sind es hier, Paranormale Phänomene. Ist auch ein Pack, das von der Community bestimmt wurde. Finde ich auch gut. Ich benutze es jetzt in meinem Gameplay auch nicht so. Also wann macht man schon mal, wann hält man so eine Seance? Also mit welchen Sims? Das passiert jetzt tatsächlich nicht so häufig. Dennoch ist es ein sehr gutes Pack. Und ich benutze die Baumodus-Items sehr häufig. Die Creative Sim Sachen auch ab und zu. Und ja, also es hat auf jeden Fall ein paar coole Dinge. Ich würde es sogar fast zu nice to have packen. Aber ich weiß nicht, ob ich es dafür nicht doch schon wieder ein bisschen zu wenig benutze. Ich packe es einfach mal zu hart ein paar coole Dinge. Es ist halt ein Accessoire-Pack. Ich bin grundsätzlich jetzt nicht der krasseste Fan von Accessoire-Packs. Bin halt eher der Fan von größeren Packs. Actually, ist natürlich jetzt krass zu sagen, dass ich dann zwei Packs auf nice to have packe. Aber ja, also es ist halt eigentlich der Gameplay-Aspekt, den ich jetzt so viel benutze. Deswegen packe ich es jetzt dahin. Die Sims für Heimkino-Accessoires ist nichts Besonderes. Diese Fernseher, diese riesigen, kann man nicht benutzen. In welchem Haus benutzt man das? Also du kannst halt ein Kino bauen und so. Aber das war's. Also wann benutzt du die sonst? Und auch sonst, die Items sind nichts für dein Daily Life. Also die vielen Muster und so. Es sieht cool aus und absolut, aber das ist halt kein alltägliches Zeugs. Und das muss es ja auch nicht unbedingt immer sein und so. Aber auch die Popcorn-Maschine benutze ich nicht. Also ich habe die, glaube ich, in meinem Leben bisher fünfmal benutzt oder so. Ich packe es zu EAM. Es ist einfach nicht das, was ich unbedingt brauche. Es ist aber trotzdem immer noch keine Geldverschwendung, weil dafür benutze ich die Sachen dann doch wieder zu häufig. Es ist eine sehr schwierige Sache. Die Sims 4 Tiny Houses Accessoires ist unfassbar gut. Die Chaos-Items sind fantastisch. Der Baumodus ist brillant. Wirklich. Wie gut kann ein Baumodus sein? Wow! Die Sachen sind wunderschön gerade, weil die meisten Items in die Sims 4 ja relativ groß sind. Und das ist halt dann klein und kompakt. Und ich liebe es. Und sie sind so schlicht und schön minimalistisch. Und ich bin einfach Fan davon. Trotzdem ist das keine Sache, die ich zwingend in meinem Game brauche. Aber es ist absolut nice to have. Und ich bin sehr zufrieden, dass das existiert. Dieses, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es genau heißt. Dieses Oasen-Kit, bla bla. Das ist für mich tatsächlich eher Geldverschwendung gewesen. Also ich habe es gekauft. Die Sachen sehen auch wirklich schön aus. Aber ich habe die Sache, seitdem sie rauskam, noch kein einziges Mal benutzt. Also keine einzige, kein einziges Item. Und das ist halt irgendwie doch ein bisschen sad. Also ich dachte so, okay, wenn das mal jemand in der Galerie benutzt, dann kann ich die Sachen cool nutzen und so. Aber irgendwie, ja, wird damit auch nicht viel gebaut. Weil die meisten sich wahrscheinlich denken, hey, das ist doch irgendwie eher Geldverschwendung. Ich packe es jetzt auf jeden Fall in diese Kategorie. Es ist cool für das, was es ist. Es ist aber halt einfach nichts für mein Gameplay, weil tatsächlich keiner meiner Sims diese Kultur annimmt. Und wenn, weiß ich auch nicht, ob ich das so krass ausleben würde. Oh, die Sims 4. Ich weiß nicht, wie es heißt. Das Pflanzen-Kit auf jeden Fall. Das ist unfassbar cool auch. Also mehr Pflanzen kann man auf jeden Fall immer gebrauchen im Baumodus. Also ich finde es absolut schön. Benutze die Pflanzen auch an jeder Ecke, wenn ich Häuser baue. Und ja, also es hat ein paar coole Dinge. Ist halt aber auch nur ein Pflanzen-Kit, ne? Also deswegen würde ich es jetzt auch nicht zu nice to have oder so packen. Weil man überlebt definitiv auch ohne. Hat aber dennoch ein paar coole Dinge. Und deswegen kommt das bei mir jetzt da rein. Weiter geht es mit die Sims 4 ab ins Schneeparadies. Es ist ein gutes Pack auf jeden Fall. Das ist ja auch das erste Pack, wo alle Grundstücke, glaube ich sogar schon, von EA Gamechangern gebaut wurden. Was einfach das Beste ist, was sie hätten tun können. Klar, es ist jetzt auch nichts so Daily Life-mäßiges. Aber wenn ich Urlaub mache, mache ich halt tatsächlich dort gerne Urlaub. Weil, ja, Skifahren und so, das ist halt einfach, was mich eher an Urlaub erinnert, als ich lebe da. Auch wenn wir jetzt natürlich im Mount Camarabi mit einer 100 Baby-Twinnen leben werden. Aber es ist jetzt ja in dem Sinne auch nichts fürs Daily Life, finde ich. Also ich finde die Welt trotzdem unfassbar schön und die Sachen sind richtig toll gemacht und so. Es ist auf jeden Fall nice to have. Also es gefällt mir richtig gut. Es ist auf jeden Fall ein super Pack. Würde natürlich auch ohne leben können. Deswegen kommt es halt in diese Kategorie. Aber nice to have ist ja schon eine sehr gute Kategorie. Not gonna lie. Diesen, dass wir Gaumenfreuden, ist ebenfalls eine Sache, mit der ich tatsächlich, also ohne die könnte ich nicht mehr leben. Die Sachen können natürlich nochmal verbessert werden. Weil manchmal funktionieren manche Restaurants einfach nicht. Und irgendwie kommt dann kein Koch und so, Mist. Aber das Pack ist einfach trotzdem fantastisch. Ich gehe so gerne mit meinen Sims auf Dates ins Restaurant. Und wirklich, ich gehe gefühlt fast jeden Tag ins Restaurant mit meinen Sims, weil ich das einfach so cool finde. Die Auswahl, wo man dann Custom Menüs machen kann. Und ja, es ist einfach toll. Wirklich. Ich würde nicht klarkommen ohne. Also ich finde dieses Pack einfach fantastisch. Und ich bin verliebt. Die Sims 4 Dschungelabenteuer ist auch eines der allerersten Packs, die ich hier hatte. Ich bin schon öfter nach Salvadorada gereist als nach Granite Falls. Und die Items benutze ich auch relativ regelmäßig. Auch wenn meine Sims jetzt nicht unbedingt so oft da jetzt irgendwas machen, würde es zu hart paar coole Dinge packen. Ja. Also ich könnte definitiv ohne leben, aber es ist auf jeden Fall cool. Und es ist auch gut gemacht, finde ich. Also auch wie man das dann alles erkunden kann und so. Es hat mir ein bisschen die Sims 3 Reiseabenteuer-Vibes gegeben. Und das ist schon sehr gut. Das war nämlich ein sehr gutes Pack. Und wenn mir das auf jeden Fall diese Vibes gibt, dann ist es schon gut genug, to be honest. Die Sims 4 Traumhaus-Accessoires. Der Baumodus ist Top-Tier. Ehrlich, Top-Tier. Also krasseres Top-Tier gibt es hier gar nicht, ne? Auch die Sachen aus den Cars sind gut. Aber dadurch, dass es ein Gameplay-Pack ist, dafür gibt es zu wenig Gameplay. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Aber Stockbetten und Sofas, die wir customisen können und Schränke, die wir customisen können und so. Das ist halt so cool. Also sorry, Leute, aber ich liebe es so krass. Kommt dafür, aber dafür, dass es halt ein Gameplay-Pack ist ohne Gameplay, kommt es trotzdem nur zu. Hat ein paar coole Dinge. Es ist trotzdem, wow. I love it very much. Romantische Garten-Accessoires. Ja, also ich benutze den Wunschbrunnen ab und zu. Cool, oder? Ja, kommt trotzdem zu eher. Ich benutze tatsächlich die Blumen so gar nicht, weil sie irgendwie gar nicht so richtig zu den anderen Pflanzen passen, die wir im Spiel haben. Das heißt, wenn du einen Garten baust und das benutzen willst, kannst du eigentlich fast nur die Sachen daraus benutzen. Ja, die Greatest Sim-Sachen sind jetzt auch nichts für jeden Tag, finde ich. Oder halt nur für bestimmte Sims. Ja, ne, also ich bleib jetzt dabei. Es ist eher meh. Die Sims für Gartenspaß-Accessoires ist eigentlich ganz lustig. Aber sehe da jetzt auch jetzt nicht unbedingt einen Sinn, weshalb es irgendwie eine Existenzberichtigung hat. Ja, die Wasserrutsche ist ganz nett, benutze ich jetzt aber auch nicht so oft. Die Items in-Game sind jetzt auch nicht so krass, tatsächlich. Aber, ja, ich würde es jetzt trotzdem nicht Geldverschwendung nennen, weil die Sachen sind schon ganz süß. Die Sims für Werdeberühmt ist actually sehr, sehr cool. Also, ich finde es nice to have. Ich finde es cool, dass Sims berühmt werden können und so. Und ich finde, sie werden auch angemessen schnell berühmt mit den meisten Sachen. Also, es gibt ein paar Sachen mit Streams und so, wo man das so ein bisschen abusen kann. Aber, wenn man halt wirklich nur durch Malerei berühmt werden will oder durch Bücher schreiben oder nur durch Schauspielerei, dann kann man das locker easy machen. Und ich finde es angemessen, wie schnell man den Ruhm dazu bekommt. Und auch die Items, sowohl der Baumodus als auch den Creative Sim, finde ich richtig cool. Und auch die Stadt sieht schön aus. Es gibt zwar ein paar wenig Grundstücke, aber es ist dennoch richtig die schöne Stadt. Also, es ist echt nice gemacht. Ja, auch die Karriere ist richtig cool. Und auch beim mehrfachen Spielen hat es mir Spaß gemacht. Die Sims 4 Star Wars Reise nach Batuu besitze ich nicht. Und ich werde es mir auch nicht kaufen, wenn ich es nicht irgendwann für unter 5 Euro bekomme. Ihr könnt gerne der Meinung sein, dass das ein super Pack ist und so. Und für manche Star Wars Liebhaber ist es bestimmt auch echt cool. Es ist halt aber einfach nichts für mich. Ich mag Star Wars persönlich nicht und kann halt nicht damit anfangen. Ich weiß, dass in dem Pack ein paar Items sind, die im Baumodus für mich tatsächlich passend wären und cool wären. Aber ich kaufe mir tatsächlich nicht für irgendwie drei Baumodus-Items. Kaufe ich mir kein Pack für 20 Euro. Also, wenn ich mir ein Set kaufe für 5 Euro, wo ich nur drei Items benutze, ist es tatsächlich nochmal was anderes, weil 5 Euro 20 Euro. I'm sorry, ne? Aber, ja, also, wie gesagt, wenn ich es for free oder für unter 5 Euro kriegen würde, würde ich es nehmen. Aber mehr Geld möchte ich dafür nicht ausgeben. Also, so viel ist es mir dann einfach einfach nicht wert. Die Sims 4 Gruseltag-Accessoires, heißt das so? Oder Grusel-Accessoires? Ist okay. Ich würde es trotzdem zu eher mehr packen. Also, es ist eine gute Erweiterung zu die Sims 4 Jahreszeiten, wenn man halt einen Halloween-Festtag feiern möchte. Den habe ich in meinem privaten Spielstand tatsächlich drin. Und da benutze ich gerne die Items, wo man dann Kürbisse schnitzen kann und so. Aber es ist halt, ja, außerhalb von dem Aspekt, also, außerhalb von Halloween-Zeiten kann man die Sachen halt wirklich nicht benutzen. Also, für das, was es ist, ist es gut. Aber, ja. Die Sims 4 Gruseltag-Leben ist wirklich, wirklich cool. Gefällt mir auch sehr gut. Also, ich spiele gerne in Apartments. Aktuell spiele ich auch in einem Apartment. Privat. Und, ja, die Stadt ist richtig cool. Die Feste gefallen mir. Die Sachen aus dem Greatest Sim und aus dem Baumode sind cool. Ich finde es cool, dass manche Apartments halt so Traits haben, die man nicht wegnehmen kann. Zum Beispiel, dass es dann halt, dass die halt die Sachen eher kaputt gehen oder sowas. Finde ich cool. Ich finde es auch absolut nice to have. Mag das Pack gerne. Ja, und es gefällt mir einfach. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Die Sims 4, Zeit für Freunde, ist ein gutes Pack grundsätzlich. Also, mir gefällt die Stadt. Mir gefallen, mir gefällt das Club-System. Der Greatest Sim und der Baumode, das ist auch okay. Aber, irgendwie, für ein Erweiterungspack hat das dann doch ein bisschen wenig. Es hat ein ähnliches Problem wie Inselleben. Deswegen packe ich es zu. Hat ein paar coole Dinge. Also, grundsätzlich, also, es gefällt mir schon. Aber, ja. Ja, es hat irgendwie zu wenig einfach. Dann kommen wir zu Incheon Style Set. Dieses koreanische Fashion Set, was ich sehr, sehr cool finde, tatsächlich. Also, ich würde es auf jeden Fall zu hat ein paar coole Dinge packen. Also, es gefällt mir gut. Diese Items benutze ich sehr häufig aktuell. Kann sein, dass sich das irgendwann ändert. Aber ich finde, die Sachen sehen sehr, sehr schön aus. Und, ja. Also, für mich hat sich der Kauf auf jeden Fall gelohnt. Dann kommen wir zum Hausputz-Set. Finde ich ein sehr, sehr cooles Pack auch. Kommt aber auch, hat ein paar coole Dinge. Ja. Es hat fünf Items und das sind halt alle Staubsauger. Das ist halt das Einzige, wo ich mir denke, so, okay. Vielleicht hätte man dann noch irgendein Deko-Item oder so hinzupacken können. Alternativ auch Besen oder so, womit man halt dann sauber machen kann. Ich finde aber an sich die Idee cool. Die Möglichkeit halt dann Staubsaugen zu können und so. Und, ja. Also, finde ich, klappt auch ganz gut grundsätzlich. Ja. Mir gefällt es. Die Sims 4 Fitness Accessoires ist auch eher meh. Also, ja. Es bringt halt nichts ins Spiel, was nicht vorher schon irgendwie da war. Also, außer die Kletterwand. Das ist jetzt aber kein Kaufgrund unbedingt, finde ich. Die Sims 4 Vampire ist einer meiner allerersten Packs gewesen auch von Die Sims 4. Und ich finde es absolut nice to have. Also, ich mag Vampire auch sehr gerne und habe sie auch gerne mal in meinem Gameplay drin. Das Einzige, was mich absolut nervt, ist Vladislaus Straut. Aber ansonsten gefallen mir Vampire sehr, sehr gut. Sie wurden richtig gut in diesem Spiel gemacht. Ja, gerade mit diesem Skilltree und so. Also, es gefällt mir sehr gut. Vielen, vielen Dank, Sims Team. I love it very much. Die Sims 4 Vintage Glamour war auch eines der nicht ersten Packs. Aber, also, der früheren Packs, die ich mir geholt habe, quasi. Ich habe mir dann immer nach und nach welche geholt. Und das kam dann doch schon relativ früh, tatsächlich. Weil ich unbedingt einen Butler haben wollte. Und das ist halt auch, finde ich, der Hauptgrund, warum man das Pack kaufen sollte. Wenn man es haben möchte. Aber sollte man kein Interesse am Butler haben, finde ich, muss man das Pack nicht unbedingt kaufen. Deswegen würde ich es eher zu eher meh packen. Auch wenn ich persönlich meinen Spaß damit habe, auch mal ein paar etwas mehr gestylte Sims zu gestalten. Luxus-Party-Accessoires ist straight up Geldverschwendung. Elf Items und ein paar Kleidungssachen, die vielleicht ganz okay sind. I'm sorry, aber nein. Nein. 10 Euro für so wenig Content. Nein. Einfach nur nein. Fashion Street Kid kommt für mich zu eher meh. Es ist wenig da, was mich ernsthaft damit, also das nutzen lässt. Ich finde es cool für die Leute, dessen Kultur das ist. Wenn das für die halt passt. Ich persönlich nutze jetzt eigentlich keine Sims, die jetzt unbedingt auf diesen Stil quasi in Anführungszeichen angewiesen sind. Die Sachen an sich finde ich aber trotzdem schön. Die Sims 4 ist schick mit Strick. Ach, warte mal. Ich habe vorhin gesagt, paranormale Phänomene wäre das gewesen, wo wir ausgesucht haben. Das stimmt aber gar nicht. Das war ja schick mit Strick. Ah, ich habe gelogen, Leute. Schick mit Strick ist gut. Also gefällt mir auch. Also finde ich, ist halt ein bisschen was für meine Omi-Sims. Auch wenn ich es jetzt nicht so oft nutze. Aber die Sachen an sich sind sehr süß. Auch dass man die dann freischalten kann im Creator Sim und so. Ja, benutze ich es jetzt aber nicht so krass oft. Dennoch würde ich sagen, dass es ein paar coole Dinge hat. Also ich nutze es dann doch schon. Ja, ist ganz nett. Strangerville ist eher meh für mich. Ich habe die Story gerne gespielt. Und aktuell leben wir ja auch in Die Sims 4 Lucky Legacy. Leben wir ja in Strangerville. Also ist eine schöne Stadt und so. Mich nervt halt, dass man nicht ausstellen kann das mit der Story. Weil ich würde gerne, auch ohne die Story vorher gespielt zu haben, in einem neuen Spielstern, manchmal gerne in Strangerville leben. Ja, aber es ist ganz nett gemacht für das, was es sein soll. Diese Gitarre vom Sensenmann. Ja, ist halt nice to have. Ist halt auch kostenlos, ne. Gönnt man sich. Die Sims 4 an die Uni. Dazu gab es ja auch ein Let's Play auf meinem Kanal. Ich finde das Ganze ganz nett. Ich werde es demnächst nochmal spielen. Ich finde es auf jeden Fall nice to have. Also es bringt halt auch alle Packs mit ein. Wenn man aber nur an die Uni hat, dann ist das glaube ich ziemlich langweilig. Joa, also es ist jetzt nichts Besonderes, aber es bringt halt auch Realismus mit rein, dass man halt studieren kann, dass man halt in Wohnheimen leben kann. Ich weiß jetzt aber nicht unbedingt, ob ich es besser finde als die vorherigen Teile von dem Universitätslebenszeug. Dennoch gefällt es mir. Die Sims 4 Landhaus leben ist ebenfalls nice to have. Also die Sachen, die hinzukommen, sind einfach unfassbar cute. Also ich liebe es einfach so, so sehr. Die Sachen. Und also die Kleidung ist halt so Cottagecore und die Möbel und so. Und ich bin einfach ein bisschen verliebt, ja. Und ich weiß, ich wollte jetzt nicht unbedingt, das habe ich ja immer gesagt, ich brauche jetzt nicht unbedingt Farming oder so. Aber jetzt tatsächlich halt Kühe oder so im Spiel zu haben, ist halt wirklich süß. Ich möchte das halt auch nochmal ein bisschen mehr erkunden, wenn ich ehrlich. Muss ich halt in Zukunft jetzt auch noch machen. Ich meine, meine Legacy Challenge hat ja noch ein paar Generationen. Wir kriegen das schon noch irgendwie hin, dass die da hinkommen. Ja, also die Stadt ist wunderschön. Ja, man kann Hühner haben. Und auch dieses neue Merkmal. Rustikales Leben ist voll cool, dass man halt nur mit den Sachen, die man hat, kochen kann. I love it very much. Dann haben wir Kinderzimmer-Accessoires. Äh, ja. Also, es ist okay, ne? Also es ist halt wirklich okay. Wie, also hier eher meh, ist, ne? Es ist, äh, wir haben zwar jetzt auch nicht viele Kinder-Sachen, ne? Aber irgendwie, ja. Also das Gameplay-Aspekt, was dazu kam, das war dieses Void-Ding. Und sind wir mal ehrlich, wann benutzt das irgendwer? Ich habe es einmal versucht und habe es dann aber kaum benutzt. Und irgendwie, äh, es ist, äh, es ist halt einfach irgendwie, ja, man hätte sich irgendwie mehr gewünscht. Die Creative-Sim-Sachen sind natürlich schön. Und ich finde auch die Möbel gut. Trotzdem bevorzuge ich meistens die Base-Game-Sachen tatsächlich oder die aus den anderen Packs. Deswegen würde ich definitiv ohne das Kinderzimmer-Accessoire-Pack klarkommen. Die Sims für coole Küchen-Accessoires. Ist meiner Meinung nach schon ein bisschen Geldverschwendung. Ja. Bin ich ehrlich. Also, also es bringt halt nichts dazu. So, also, die Items, also die Sachen im Creative-Sim sehen okay aus. Die Sachen aus dem Baumodus sind eigentlich ganz, also sind eigentlich ganz nett. Aber, ne Eismaschine, wuhu. Also, ist halt eine coole Idee, aber ist halt irgendwie auch langweilig. Also, bin ich ehrlich. Ja, und damit wäre tatsächlich meine Tierlist schon fertig. Schon, in Erführungszeichen. Manswear-Set hätte ich jetzt da, glaube ich, auch zu hart. Paar coole Dinge gepackt, habe ich ja am Anfang gesagt. Nehme hier schon mal eine Stunde auf. Hilfe. Es hat alles viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber, ich denke, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis hier. Und es war auch sehr ehrlich, denke ich. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich relativ einfach zu begeistern grundsätzlich. Aber, wie man hier sieht, sieht man, dass es halt doch nur drei Packs bis kann ohne nicht mehr spielen in diese Reihe geschafft hat. Also, alle anderen Packs können jetzt weg. Nein. Es ist, wie gesagt, wirklich cool, die anderen zu haben und so. Aber, ja, ohne die oberen drei Elternfreuden, Jahreszeiten und Gaumenfreuden könnte ich halt echt nicht spielen. Das macht halt so viel in meinem Gameplay aus, dass es halt einfach nicht funktioniert. Dankeschön fürs Zusehen auf jeden Fall. Ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr in irgendeiner Form einverstanden seid mit dem, was ich hier so gelabert habe. Und, ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und Tschüss!